Guten Abend und herzlich willkommen zum Wettervoracht. Es gab heute kräftige Schauer und Gewitter. So eindrucksvoll sah z.B. heute eine Gewitterwolke über München aus. Das Ganze von unten betrachtet hier sieht man die Böenwalze, also kräftiger Wind vor so einem Gewitter, das da heranzieht. Eindrucksvoll sah das Ganze auch von oben, nämlich vom Satelliten aus. Das zeige ich Ihnen hier auf dem Satellitenfilm. Da sieht man erst mal feuchte Luft in Form von Wolken und dann brodelt es und es entwickelten sich hier diese weißen Wupsel. Das waren eben kräftige Gewitter und auch Schauer, die da über uns hinweggezogen sind mit zum Teil kräftigem Regen. Fröndenberg, da fielen heute in NRW 36,8 Liter pro Quadratmeter. Das in kurzer Zeit, Bad Neuner-Ahrweiler, 41,2 Liter. Und Horgau, östlich davon, wurde es noch mal warm mit 28,7 Grad. Aber diese Schauer und Gewitter, die sind halt auch jetzt aktuell noch unterwegs, schwächen sich allerdings in den meisten Regionen langsam ab. Hier in Ostwestfalen gibt es noch kräftige Schauer und Gewitter. In Thüringen, da sieht man auch diese roten Punkte. Und dann auch in Schwaben und südlich der Donau, da wird es auch in den nächsten Stunden noch zum Teil kräftig weiterregnen können. Genauso wie im Stau von Erz- und Fichtelgebirge. Also auch da in der Nacht und morgen noch weiterer Regen. Dementsprechend in der Nacht eben auch noch weitere Schauer und Gewitter. Vor allen Dingen von Schleswig-Holstein, der Elbmündung rüber bis nach Sachsen. Und hier im Stau der Mittelgebirge, da kann es zum einen bis morgen weiterregnen. Und das sogar heftig. Genauso auch direkt am Alpenrand. Da sind in der Nacht auch noch mal erhebliche Regenmengen möglich. Durch sehr kräftige Schauer im Nordosten und Südwesten ist es dagegen längere Zeit trocken und auch oft sogar sternenklar. Wo es geregnet hat, kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen liegen morgen früh meist so bei Werten zwischen 11 und 16 Grad. 8 Grad da, wo längere Zeit die Sterne zu sehen sind. Morgen Vormittag dann die erstmal ruhigere Phase des Tages. Nach Westen hin häufiger Sonnenschein, nach Nebelauflösung. Allerdings von der Elbmündung rüber bis nach Sachsen und Thüringen weitere, zum Teil auch kräftige Schauer. Also so bis morgen Vormittag, die Nacht eingeschlossen, können das örtlich an je 50 bis 80 Liter noch mal im Stau werden. Im Laufe des Nachmittags dann in der Eifel einzelne Schauer und Gewitter, die weiter nach Osten ziehen. Und auch über der Mitte noch hier und da kräftigere Regengüsse. Die Temperaturen steigen in den trockenen Abschnitten. In der Nord-Ost-Hälfte aus 16 bis 22 Grad. Nach Südwesten bis 29 Grad der Wind, schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Mittwoch ruhig, Donnerstag aus Westen neue, zum Teil unwetterartige Schauer und Gewitte. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020